Ich war in der AC Top Financial. Sie haben eine Meldung bei uns hintergelassen, wegen Onlineinvestieren. Right. Ja, ich bin hier Anspray & Partner. Ich wollte dir helfen, mit deinem Konto zu aktivieren. Mit was machen? Kannst du ein bisschen langsam reden? Ich wollte dir helfen, mit deinem Konto zu aktivieren. Können Sie sagen, wie hast du gemacht, deine Meldung? Ah, E-Mail. Ja, eine Meldung. Right. Meldung, ja. Ich melde, den Sudfront ist zusammengebrochen. Können wir dir Geld verdienen machen bei deiner Company? Nein, nichts verdienen. Was verdienen? Keine Geld machen. Was wollen Sie machen mit deinem Konto? Machen weiter oder was willst du? Und ich spiele mit unserer... Noch einmal? Ich nicht verstanden. Was willst du machen jetzt? Willst du machen weiter oder ich mache zu den Konto? Ah, spielen. Weitermachen. Was spielen? Bitcoin. Bitcoin. Dogecoin. Ethereum. Oder? Was wollen Sie jetzt? Money, money. Geld. Money, money. Wo kommst du? India. India. Aha. Und du? Woher du kommst, mein Bruder? Ich gebe dir meine Hunde. Ich spreche gerade mit ihm. Okay. Ja. Aber woher du kommst? Hallo. Ahmed. Hallo. Guten Morgen. Oh, Ade, Woska. Guten Morgen. Guten Morgen. Alle gut? Ja. Bei dir? Bei mir alle sehr gut. Ja. Mein Name ist Paula. Ich melde mich von Acetop Financial her. Ich habe Sie angerufen, weil Sie haben eine Meldung bei uns hintergelassen. Wegen online investieren, ja? Right. Wo ist junge Kollege gegangen? Warum Telefon geben bei deinem Kopf? Für diese Motive ich rufe Sie her. Ha? Wat? Unsere Kollegen ist new in unserem Büro. Für diese Motive. Er ist dumm im Büro? Okay, das ist sehr gut. Ich merke nicht. Ja, möchte Sie... Mein Lieber, ich habe nicht viel Zeit. Warum nicht? Wird Geld verdient? Machen. Mit deinem Firma. Ja, möchte Sie die Konto aktivieren? Ich möchte Geld verdienen. Right. Ballstieb. Ja. Wir haben drei verschiedene Methoden für die Konto aktivieren. Dann müssen Sie die... Madaria, stopp, stopp. Du musst mir sagen, wie viel kann man verdienen? Warum ist gute Firma nicht einfach nur Geld nehmen? Das ist nicht gut. Mein Lieber, wenn Sie anfangen mit 250 Euro, natürlich. Nein, nein, nein. Die machen nicht einen Millionär, aber... Madaria, kannst du mir sagen, warum deine Company Good Company, okay? Warum Profit machen, ist legal und alle Sachen bei deiner Kopfstühne? Ja, wir haben eine Lizenz. Wovon? Ja. Hallo? Wenn Sie möchten, ich schicken Ihnen... Penshot. Eine Lizenz, ja. Von welcher Company den License kommen? Wer den License geben? Möchten Sie die Konto aktivieren oder nicht? Ja, wenn du bist, du seriösische Firma, dann wir können machen. Aber du meine Frage nicht die Beantwortung machen. Gleich wie Sie, okay? Ich bin seriös, gleich wie Sie. Ja, das ist sehr gut. Dann sag mir... Motherfuck. Hast du verstanden? Stupido. Guta madre. Hallo. Hallo. Warum denn Frau so unfreundlich bei meinem Telefon kommen? Was hast du gesagt? Warum der Frau so unfreundlich bei meinem Telefon kommen? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Hans. Du bist der Hans? Ja. Ich bin der Peter. Freut mich sehr, keine Lernung zu machen. Ja, super. Was wollen Sie jetzt? Geld verdienen. Geld verdienen, ja? Right. Aber nichts verdienen, so, was hast du gesagt? Wenn du investierst, 250, das ist ein guter Job für dich. Das ist ein guter Job, aber du musst mir sagen, warum deine Firma besser als andere Firma? Wo ist Firma und mehr Schweinken-Ride? Das ist eine richtige Firma, nichts, bla bla bla. Ja, aber wo ist deine Firma? Wo? Turkey? Meine Firma. Schreibst du in Google Maps, ACA, top finanziell, sie gucken alles, was passiert. Kannst du Boxstabieren? Das ist eine Firma. Boxstabieren? Ja. Ja, ja, gehst du in Google Maps. Ich aufmachen. Was soll ich schreiben? Ben Schott, stupid. Ja, wenn du willst. Warte, big. Ja, ich schicke, wenn du willst, gehst du in Google, schauen alles, was passiert. Der Wort, der du suchst, der heißt Google, Google man sagen, right? Ja, von London. Von welchem Land du kommst? Ja, London. London ist keine Lande, Ben Schott. London, London. Mother Jackerite. Aber jetzt bin ich momentan in Österreich. Oh, right. Ich habe dir das sehr gut verstanden. Können wir Candlelight-Döner machen? Wenn du willst. Ja, ich möchte gerne. Ich möchte gerne. Wird du lieber unten oder oben? Oben, oben, nicht unten. Und du willst immer oben? Ja. Außer wenn du von Mafia Zement Schuh bekommen, right? Weil du indische Mafia. Nein, nein, nein. Nein, nein, keine Mafia. Hier, hier, alles arbeiten. Du hast keine Ahnung, wie viele Leute arbeiten hier. Eine richtige Firma, nichts, bla, bla, bla. Ja, bei indischer Mafia, 13 Menschen arbeiten. Nein, nicht indische Mafia. India, in India. Und wenn wir Stress haben, mit Kalashnikov und Turban. Du hast du kein Geld veressen. Nein, nein, nein. Wenn wir Stress haben, wir kommen nicht in dicke Limousine. Wir reiten auf Kamele, right? Oh, du hast keine Limousine. Nein, nein, nein. Wir Kamele haben. Aber nur sieben Stück für 13 Mafia. Können Sie sagen mir, wie viele Jahre bist du? Ich bin 23 und ich habe auch so viele bei Hofdrauf rumlaufen. Super, super. Mit wer bleibst du? Bleibst du alleine oder mit Familie? Ähm, Kamel. Hast du junge Kinder? Mit Kamel. Mit Kamel, ja. Aha. Wir Deutschen. Hast du Kinder? Nein, 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 nein. Zu teuer. Nein, nein. Teuer. Bist du alleine? Ich bin ganz alleine. Möchtest du mein bester Freund werden? Super, super. Ja, Leben ist Leben. Ja, komm, kann ich eine Umarmung bekommen, Raid? Ja, komm her, Knuddel. Wie bei Knuddel machen wir so ein Rollplay-Set machen. Können wir zusammen bei meiner Tee-Küche Kekse backen, Raid? Ja, wo gelandet bist du jetzt? Ich bin bei Deutschland drinnen, aber als Außen-Geländer ganz einsam fudden bei Deutschland drinnen. Da sind alle Menschen sehr böse, da sind so eine indische Menschen kommen. Raid? Ja, ja, ist bestimmt das. Aber wo ist es in Germany, in Berlin, Frankfurt? Nein, 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 nein. Dortmund City. Dortmund City. Dortmund, aha. Schickst du mir deine Andresse, ich komme direkt. Und wie können wir dann Keks machen, Raid? Für Christmas? Hallo. Ja, muss man schauen, ist später was machen. Kann du dann eine Rose mitbringen, damit andere Menschen denken, dass ich Lover habe, Raid? Einmal bei meiner Lieben? Nein, 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 ich schlicke ein Rassenmensch. Rose, eine Rose mitbringen oder Tulpen, auch gut. Tut pie. Nein, nein. Und wenn du hier bei... Und wenn du hier bei... Bei Balkonie? Wo deutsche Menschen immer Urlaub machen, ich müsste zwei Kinn hängen und wir zusammen darunter Stellung machen. Okay? Okay, okay, ja, ja. Ja? Ja, können wir... Hat du Bart oder machst du Rasierungen bei deinem Gesicht drinnen? Äh, was heißt das? Spiele ich normal oder spiele mit mir? Hat du Bart, Bart, äh, Beard by Face, Raid? Keine Chance. Warum nicht? Du hast eine sehr sinnliche Stimme, wie Beard, Beard by Face, Raid? Ja, ich bin ein bisschen krank jetzt. Ja, Raid. Welche Krankheit du haben? Ich mag das. Ah, Grip normal. Normale Gruppe und ganze Callcenter krank machen. Dafür du eiserne Kreuz kriegen für Undercover-Einsatz, Raid? Ja. Wenn du schaffst, dass ein Manager mehr als drei Wochen nicht arbeitet, du kriegst den linken Schuh. Wenn du schaffst, dass der gar nicht mehr zur Arbeit kommt, du auch den rechten Schuh bekommen. Und dann, wenn du noch mehr Menschen krank machen, du richtige Anzieh-Sachen kriegen. Und vielleicht kannst du schaffen, einen richtigen Job finden, right? Ja, ja, Raid. Raid. Raid, 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 mit den Enderbrüdern. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin bei Badezimmer dinnen. In Jacuzzi dinnen. Bist du alleine, ja? Ich bin alleine, ja? Soll ich Webcam anmachen? Ja. Hast du Skype? Ja. Ja, sagst du, wie heißt du bei Skype? Ich zeig dir bei Webcam. Meine Badezimmer. Bei Wett? Oh, ho, ho, ho. Ich hab meine Probleme, ich hab nichts. Hast du nichts zum Anziehen? Das ist ja kein Problem. Ich bin ja auch nackig. Das ist nicht schlimm. Wir können Intimacy machen. Du bist von Indien. Welches Passport hast du? Was habe ich? Welches Passport hast du? Passport? Bangalore, India. Ja. India. Aha. Und du? Ja, vom Österreich Passport. Aber was ist deine Mama Sprache, right? Mama Sprache, Italiano. Italiano? Oh, das ist sehr gut. Si, si. Da können wir... Das ist... Warum bist du nicht Koch geworden, right? Da kannst du bei uns zu Hause immer die Essen machen. Nein. Warum nicht? Nichts machen so. Ich bin in meiner Beide jetzt. Ja, das ist ja nichts schlimm, weil du musst ja auch Geld verdienen. Aber weißt du, wenn du bei 5-Star-Restaurant arbeitest, können wir eine schöne Wohnung zusammen nehmen. Nein, nichts Geld verdienen. Warum nicht? Ich habe geinvestiert in Bitcoin, Krypto. Ich spiele in Bitcoin. Oh, wie viel Investment hast du gemacht? Wie viel hast du gemacht? Oh, ich habe geinvestiert in 10.000 für 20.000. Und woher du das Geld bekommen? Woher du nehmen? Einmal bekommen, einmal nichts kommen, Giftfirma zurückgibt. Oh, das ist... Hast du... Hast du... Hast du... Hast du Schufa eingeschickt? Nein, nichts falsch. Firm diese... Hast du keine Schufa? Das ist gut. Ich muss einmal... Du machst meinen Hals ganz schocken mit all den erotischen Gedanken. Ich muss einmal kurz was trinken. Warte mal. Oh, Madagiar. Du machst mich ganz nervös, right? So, wann wollen wir Wohnungen angucken? Zusammen machen? Ja. Ja? Das ist gut. Ja. Das ist gut. Und wenn wir dann Marriage machen, Heirat machen, kann ich dann auch deutsche Stadtbürgerschaft bekommen, right? Ja, machen, heiraten. Zusammen. Right, right. Und wir dann bei... Das ist gut, right? Und wir kein Kinder nehmen, wir bei Kinderbett Bitcoin-Sawa-Farm reinlegen, right? Weil wir mehr Geld bringen. Ja, muss man langsam. Dann müssen wir langsam machen, okay? Also wir fangen an mit einer Bitcoin-Server-Farm. Nach neun Monaten, dann können wir noch eine machen. Aber wir müssen aufpassen, wenn die eingeschult werden, dass den Pausenbrot Geld nicht klauen. Nichts Falsches, das ist nichts Falsches, richtig. Right. So wollen wir machen? Ja, ja, machen wir weiter. Wow, das wie... Banker Kite und Banker hast du. Wie groß bist du? Hast du Master Kite oder Rieser Kite? Right. Ich kann Online-Banking machen. Dreimal. Banker Kite? Right. Hast du 250... Noch einmal? Hast du 250 in Kite? Nicht, aber mehr. Ich gehe immer arbeiten. Immer arbeiten bei Webcam. Super, bravo. Jetzt muss man schauen und aktivieren. Oh, was kostet? Bin du auch bei OnlyFans? Right. Mensch, Gott. Okay, okay. Warum brauchst du so lange? Hallo? Brrrr! Äh... Wir haben... Ich hab ihn draußen. Du kannst... Du kannst anfangen. Komm. Er offen eine Google-Site. Wirke mein Hündchen für mich, okay? Ja. Wir können zusammen bei Badewanne gehen, right? Meine heiße Italian-Lover-Boy, right? Oh... Wie groß bist du, sag mir. Tell me. I know you want to ride. Hey. Können Sie sagen mir, was wollen Sie machen? Aktivieren deine Runde oder nein? Hat bekommen, Chef machen. Stress. Stress, Chef machen. Guck, du musst bei Restaurant arbeiten. Es ist kein Problem, wenn wir da bei... Bei Vorrat kommen wir schnell einen Wegstacken, right? Hast du... Hast du Restaurant? Ja. Nein, bei Indische Restaurant arbeiten. Aber du bist Italiener. Du musst bei Italien Restaurant arbeiten. Ja, ja. Super. Ja, right. Du kannst viel Geld bekommen. Ja, egal. Nein, nein. Bei mir hat er alles Geld bekommen, alles Geld bei Bitcoin, Bruder. Wenn du, schau mir, wie viel Geld ich habe. Aber ich bin hier, Ansprechpartner, ich will... Dein Ansprechpartner. Ich habe meine... Oh, oh, oh. Meine Präsent... Du hast du deine, also alles hat... Was? Schau, du bist Businessman, ha? Ich mag der, ich mag der. Ja, natürlich. Ich werde dich bei... Ich Businessman, wenn du investierst, du hast du Kontakt, gestern sein mit unserem Experte. Oh, das ist nichts Lüge. Nichts gut. Verstehen, verstehen. Gehen wir in Google, schauen wir mal, was passiert. Gehen wir spazieren? Schlosspark, Schlosspark. Können wir Date machen? Nein, nein, nein. Was verdienen 250, was redest du? Ich will nichts. Doch, die will dein, dein. Kannst du mir bei Webcam zeigen? Oder bist du Stücktern? Was? Webcam. Kannst du aufmachen? Ja. Right. Kannst du schreiben? Ja. Ja. Aktivieren deine Konto jetzt? Ich dir zeigen. Ich lasse eine, was ich sage. Ich dir zeigen, meine Konto, right? Ja, right. Können sie geben mir? Ja, www. Wenn nichts geben mir. Doch geben. Bei Popo drinnen geben, ganz dolle. Drei mal. Ganz dolle. Ja. Ja, ich sage. Oh, 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 oh. Du hast eine tolle Stimme, right? Kannst du mir gute Nachtgeschichte vorlesen? Verlesen? Was lesen wir da? Putnamadre. No, putnamadre. Was sollst du mir? Hallo? Du bist alte Mann. Hey, hier ist Dimitri. Wer bist du? Warum redest du mit meinem Mann? Nein, 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 du bist keine Mann. Nichts. Du redest mit meinem Mann. Was ist da los? Nein, nein, nein. Du musst aufpassen. Wer bist du? Hallo? Schickt dir alles. Was? Ich habe deine geschickt bei Polizei. Das hast du? Das hast du? Haha. Reden mit Polizei. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Weißt du, Idiot eigentlich, dass du die ganze Zeit bei YouTube live bist wieder? Wir haben dich schon wieder verarscht, du Idiot. Idiota. Ja. Wer ist Idiot? Du. Und du? Ich bin Dimitri ist mein Name. Oh, du bist Spurermann. Du bist krimineller Mann. Ja, normal. Ja, normal, normal. Ich bin ja beides, ich bin Spurermann. Ich bin von Indiener. Ich bin von Kasachstan. Ja, Kasachstan, sehr erschlockend. Oh, wo kriege ich? Also du arbeitest ja jetzt hier wirklich schon ein paar Monate. Hast du es überhaupt schon mal geschafft, irgendjemandem Geld wegzunehmen, so dumm wie du bist? Alles, alles indianische, kurde, kurde Mann. Was, indianischer Cola, Mann? Was ist das? Indianisch, kurde Mann, wo kommst du alles? Kasachstan. Kasachstan. Das ist ein gutes Land. Da werden Leute wie du auf dem Marktplatz verprügelt. Ja, 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 ja. Gehst du in deinem Land, das ist auch nichts, bleibst du in Germany. Das musst du gerade nicht sagen. Die Germania ist nichts, kurde Mann. Von India. Doch, India, sehr gut. India, sehr gut. Und wir indische Restaurants bei der deutschen Mannschaft haben, right? Black, Black Man. Nichts Black Man. India. Scheiße, bist du dumm, Alter. Ja, cool, Mann. Du bist so dumm. Okay. Bist du dumm, gehst du weg. Nicht spielen mit meiner Kompanie. Doch. Ich schicke bei der Polizei jetzt alles deine E-Mail. Deine Andres, was ich habe hier. Festname, Name. Ich schicke bei dir deine Nummer in Germany. Ich schicke jetzt dir. Du hast gespielt mit meiner Kompanie, richtige Personie. Wenn du siehst, du schaust in die Station Polizei alles. Ja, klar. Komm, mach dabei. Ja. Zuckerbelehrt. Okay. Ich schicke bei der Polizei jetzt. Ja, du bist doch selber kriminell. Nein, nein, ich bin nicht kriminell. Das ist ein kurzer Arschloch. Was du sagen? Du hast gerade Arschloch gesagt. Das ist eine Beleidigung. Ich schicke jetzt zur Polizei. Nein. Du hast du gesagt. Du hast, ja, puta madre. Ich habe alles registriert, deine Video hier. Und ich brauche mich jetzt dir. Und mit anderen was hast du. Ja, weißt du Video bei YouTube. Verstehst du das? Nein, nein, ich habe registriert deine Registration. Deine Video bei YouTube. Du trotter, du dumme Mensch. Nein, nein, ich bin nicht trotter. Ach, luk. Okay, patsch. Schöne Tag, schöne Tag, schöne Tag. Reden mit Polizei später. Keiner blablabla reden mit mir. Schau mal, ich bin Plattform-Möchtig oder Scheiße. Schau mal. Du bist Scheiße, Mann. Genau, du bist Scheiße, Mann. Ja, du bist Arschloch, Mann. Aber schau mal. Oh, du bist so dumm. Du bist so ein dummer Mensch, Alter. Keine Problem, keine Problem. Gib mir mal deinen Chef. Schöne Tag. Dabei, gib mir Chef. Gedächt mich ja, Don. Mein Chef wiegt dir mit alles, was du hast. Ach, so ist er auch schwul. Ja, dann gib mir der her. Das ist ja super. Dabei. Ich solle, er hat viele Leute. Ja, hol ihn her. Los. Oder ist er Feigling? Wo bist du jetzt? In Strasse Bana? Dortmund. Dortmund. Dortmund, ja? Dortmund Dorstfeld, Alter. Ich sitze beim Marktplatz. Okay, weiter dort. Ich komme jetzt. Aber bist du auch in Dortmund, oder was? Hm. Warte, du musst aber eine pinke Rose in die linke Hand nehmen, damit ich weiß, wer du bist. Und ich bin der Typ mit der roten Rose, okay? Und dann können wir ein Date machen. Wenn du schaust an mir, dann kannst du keine Chance reden. Ist es okay, wenn wir uns direkt küssen, oder möchtest du ein bisschen warten am Anfang? Wie möchtest du machen? Cool, Mann. Sag mal, ist es okay, erst auf die Wange, oder kann ich dich direkt anschlabbern? Ich gebe dir eine Schlampe, gute, ne? Du gibst mir eine gute Schlampe. Wie viel kostet? Ich f*** dir. Ach so, was kostet das? Gehst du weg, ich schlau. Ich habe noch 20 indische Rupee, und ich habe irgendwie nur 70 russische Rubel. Die kannst du alle haben, wenn du mich richtig schön verwirrst. Oh, ich spiege alles, was hast du mit alles? Ach so, stimmt, das ist ja der Typ, der steht auf Tiere, auf Kinder. Jetzt steht er neuerdings auf Edermetall. Was ist Kinderkuh, Mann? Schwure, Mann. Du stehst doch auf Kinder. Äh, schau, schau, schauen wir uns. Alles Indianer, cool, Mann. Was ist mit den Indianern? Ja, russische, so. Russische Indianer, ja, die hast du da, ne? Ziemlich Indianer. Alles cool, Mann. Jetzt kommen die osteuropäischen Karl-May-Filme raus, so. Winnetou in die letzte Flasche Wodka, oder in deinem Fall die letzte Gehirnzelle, belehrt. Äh, gehst du weg, geh weg. Wo soll ich denn hingehen, verdammt? Ich habe die Abschiebepapiere noch nicht bekommen. Und so lange werde ich hier einen Sitzstreik machen. Okay. Komm mal, Dortmund. Ich habe alles bei dir hier. Ich schicke bei Polizei in Dortmund. Ja, schick mal. Ich sitze hier. Schreib mal auf, Dortmund-Dorstfeld-Indische-Kiosk. Da sitze ich den ganzen Tag drin und raucht Zigarillos. Kein Problem, kein Problem. Ich habe alles deine hier. Was hast du? Anger, Langer, deine E-Mail, deine Nummer, Face-Name, Name. Und schau mal, was bist du? Indische Mafia. Ja, indische Spuren, Mann. Du kannst mitmachen, ist kein Problem. Parkplatz Bums-Klub-Dorstfeld, jeder ist eingeladen. Tschüss, Papa, sprechen Sie mit Polizei jetzt. Ja, gib mir die Polizei. Los, dabei. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Trottel, du dummer Mensch. Schade, ich dachte, jetzt redet er wieder weiter. Ich weiß nicht, wie... Also dieser Typ ist wirklich seit Monaten unterwegs. Seien wir mal ehrlich, den kriegst du jedes Mal 20 Minuten verarschen und droht er mit der Polizei. Ich glaube nicht wirklich, dass dieser Typ irgendjemanden übers Eis, äh, über den Tisch zieht. Ich kann es nicht glauben. Also wer bei dem drauf reinfällt, sorry, da ist es zu spät.